Ich finde, dass Dresden ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Dass man als Student die Möglichkeiten hat, ganz viele verschiedene kulturelle Angebote zu nutzen. Kultur lebt noch und ist lebendig und experimentell. Ich durfte die Dresdner Neustadt kennenlernen in ihrem kompletten Lifestyle. Morgens um 5 Uhr, wenn die Sonne wieder aufgeht, einfach mal Mensch sein. An der Dresdner Hochschule gefällt mir die Ausstattung tatsächlich sehr gut. Das erste Mal durch diese Pforte zu gehen, ins Foyer zu kommen, die Schlange der Studierenden zu sehen und Musikinstrumente überall. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Projekt zu machen und an Projekten teilzunehmen. Ja, was ich cool finde, ist, dass es halt diese zwei Abteilungen gibt, Jazz und Klassik. Und dass man hier auch als Jazzer so diesen klassischen Einfluss auch bekommt. Die Lehrer stehen halt eins zur Seite und man kann immer fragen, wenn man irgendwelche praktischen Sachen erfahren möchte. Wir improvisieren viel, wir machen viel Musik im Unterricht auch. Also es ist stetige Praxis, die auch mit reinfließt. Es ist ein sehr schönes Klima, es ist eine schöne Gemeinschaft und wir sind auch außerhalb der Hochschule immer noch oft zusammen. Alle Leute sind super cool, also Leute sind nicht konservativ. Wenn wir ein Konzert haben, kommt das Publikum immer viel. Und ich mag auch unsere Party in Mensa, diese Winter- und Sommerparty, das ist auch so ganz gut. Also als Student kann man sich hier wirklich zu 100 Prozent wohlfühlen in Dresden. Also als Student kann man sich hier wirklich zufrieden, das ist auch so ganz gut.